Guten Tag, die drei Generationen der Familie Schürpf heissen Sie im Hotel Stella. Herzlich Willkommen. Selten ist ein Ort so geeignet, Ferienwohlgefühl hervorzuzaubern wie unser Hotel hoch über dem Lago Maggiore. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die einmalige Aussicht auf unserer Gartenterrasse. Roselina, an bevorzugter Lage oberhalb des Lago Maggiore, liegt ca. 2 km vom Zentrum Locarnos entfernt und ist neben dem Auto auch mit der Stadtseilbahn erreichbar. Unsere kleinen Gäste können sich auf dem Spielplatz austoben und im großen Pool ihre Runden drehen. Oder relaxen Sie in den gemütlichen Liegestühlen. Wir sind eine Erholungsoase für die ganze Familie. Mit etwas Stolz dürfen wir auf über 40 Jahre Tessiner Hotellerie zurückblicken und streben täglich danach, für Sie unser Bestes zu geben. Unsere Designzimmer im vierten Stock und im Casa Giardino, alle mit einmaliger Seesicht, werden auch Sie begeistern. Die Ausstattung mit hochwertigen Möbeln, Granitbadezimmer, Haarföhn, Flatscream-TV, Radio, Gratis-Wi-Fi, Minibar und Klimaanlage lässt keine Wünsche offen. Auf dem gleichen Ausstattungsniveau umfassend renoviert und eine faszinierende Aussicht auf den Lago Maggiore, genauso präsentieren sich unsere gemütlichen Standardzimmer und Suiten im Haupthaus. Sie verfügen größtenteils über Balkon, Terrasse oder einen eigenen Gartensitzplatz. In unserem Speisesaal haben Sie eine einmalige 180-Grad-Rundsicht, vom Bellinzona bis nach Canobio in Italien. Hier verwöhnen wir Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit internationaler Küche, regionalen Spezialitäten und guten, preiswerten Weinen. Salute!